Guckt euch das an. Ist das nicht wie der geilste Rauch? Das ist doch der Hit oder was? Und da oben gucken sie sich das an. Das ist doch faszinierend oder nicht? Tja, wir haben den 14.07.2022. Ist das nicht unglaublich? Guckt euch das an. Das ist doch stark. Geil. Da steht der Name. Tja, und da oben sind die Leute. Ist das nicht geil? Tja, das ist schon der Hit hier. Guckt euch das an. Das geht jetzt schon seit zwei Minuten so. Das interessiert aber keine Sau. Warum auch? Ist das nicht der Hit? Stark oder nicht? Aber irgendwie erschreckend, findet ihr nicht? Also mir brennen schon die Augen, wollte ich nur mal sagen. Tja, interessiert aber keinen.